Hallo, wie schön, dass Sie dabei sind. RBB24 mit dem Blick auf den Tag in Berlin und Brandenburg. Im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam und im Vivantes-Klinikum in Berlin-Spandau sind weitere Covid-19-Infektionen mit der britischen Mutante B.1.1.7 festgestellt worden. In Potsdam waren bereits Zweifel bekannt. Da sich Patienten jetzt innerhalb des Krankenhauses angesteckt haben, schließt die Klinikleitung aber aus. Es seien unterschiedliche Stämme dieser Mutation gefunden worden. In Spandau sind sogar 55 Patienten infiziert. Die Feuerwehr in Frankfurt-Oder ist zur Stunde im Großeinsatz. Im Ortsteil Markendorf brennt eine Lagerhalle. Die Lage ist mittlerweile unter Kontrolle. Auch in Berlin gab es eine Gefahrenmeldung nach einem Großfeuer. Damit beginnt unser Nachrichtenüberblick. One Billion Rising. Eine Milliarde erhebt sich. Erinnern Sie sich an diese Bilder vom vergangenen Jahr? Das weltweite Tanz-Event am kommenden Sonntag, am 14.02. ist eine Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und in diesem Jahr so wichtig wie nie. Denn Corona treibt die Zahlen der häuslichen Gewalt nach oben. Alle zusammentanzen, das geht diesmal leider nicht. Aber so geht es. Wir sprechen dann am Sonntag. Damit unterstützen Sie auch gleich die Corona-gebeutelten Floristen. Machen Sie sich keinen Stress, welche Blume zu Ihrem Liebsten, Ihrer Liebsten passt. Vielleicht reicht ein Spaziergang samt Eisblume. In der Nacht ist es gering bewölkt. Bis klar, es kühlt ab auf minus 9 bis minus 17 Grad. Morgen am Samstag dann erst noch Hochnebel. Dann setzt sich die Sonne durch. Durch die Höchstwerte minus 4 bis 0 Grad. Auch am Sonntag scheint die Sonne. Stellenweise halten sich Hochnebelfelder aber auch ein bisschen länger. Und dazu gibt es dann maximal minus 1 Grad. Am Montag ziehen nach einem sonnigen Start von Westen her Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Und am Dienstag geht es dann wolkig und zumeist trocken weiter mit höchstens 1 Grad. Und am Dienstag geht es dann weiter mit höchstens 1 Grad. Bis zum nächsten Mal.